Montag den 8. Oktober 2018 haben wir heute. Auch heute habe ich ein sehr feines und gut bürgerliches Gericht aufgetischt. So gab es heute ein paniertes Kotelett mit einer sehr deftigen Zwiebelbratensoße und Petersilienbutter Salzkartoffeln. Dazu gab es einen frischen Kopfsalat gemischt mit Radiccio. Das Rezept von der Zwiebelsauce habe ich unter diesem Video aufgelistet. Zur Präsentation habe ich das panierte Kotelett aufgestüttet und auf dem Essteller so platziert, dass man den Garpunkt gut sehen kann. Daneben wollten die Petersilienbutter Salzkartoffeln und die Zwiebelsauce mit den Zwiebeln aufgelegt. Ich sage euch, das war wieder sehr sehr lecker dieses Gericht.